und mein Gott pass auf da ist ganz viel Wasser stimmt ich kann jetzt wieder Fackeln machen deshalb habe ich ja das Holz geholt ich setze die ganze Zeit Fackeln nach unten oder was einfach mal schauen ob da vielleicht was ist lol da ist sogar was Hammer jetzt wird es wirklich nur geraten blau eins will auch eine ja da oben geht es weiter mach mal erstmal hier unten war noch Kupfer habe ich gesehen und Weg nach oben auch ganz gut der Schalter Sackgasse da oben rechts ist auch Sackgasse und hier ist jetzt nach oben da ist aber Kupfer in der Sackgasse und Spinnweben wo geht es oben hin der Schalter Sackgasse also halt da kommt mal wieder raus zur Oberfläche und ein bisschen buddelt Echt Ocker mal längst oben hoch geht Ui 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 1000 Meter entfernt Ui 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 So Ui Ui Ah, da ist ne Höhle Und Marcel Osch wieder weg Ja, sein kleiner Bruder hat ja auch grad gerufen Ja, wahrscheinlich nur Mikro aus oder so Ja Ja Untertitelung des ZDF, 2020 So. Marcelo ist jetzt weggesperrt. Echt? War schon eingeschlossen. Komm mal her. In einer halben Stunde ungefähr muss ich dann aufhören. Okay. Soll. Warum bin ich eingebaut? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht gesehen. Warte Marcelo, er hat's noch nicht gesehen. Da wo die Fackel steht, war's eine ganz kleine Kapsel. Das würd ich gar nicht machen. Egal. Hey, ich komm. Ey. So. Ich komm dir entgegen, Marcelo. Ich helf dir. Weil der jetzt wieder in den Cave geht und dann alles für sich behält, was er findet. Hey, cool. Da ist die andere Schicht. Ich mach links. Oder so. Mit Fackel. Ich trage die Fackel. Äh. Ich hoffe, wir haben genug Holz dabei. Für solche Dinger. Was machst du denn du? Zertrinken wir alle. Und ich sterb. Lüpp. Und ich hab keine Fackeln mehr. Mal wieder. So. Was machst du denn du? Ich? Nein. Marcelo, der springt da die ganze Zeit so. Da oben geht's weiter nochmal als Eger. Wow, wow, wow. Vorsicht. Nicht den Steinblock abbauen. Warte, machen wir's so. Was ist denn da? Ja, oh, das ist so. Warte. Ich hab ne Idee. Also, das ist Sand. Und zwar... Warte. Boah, diese Musik hier, die hört sich da und so an wie dein Telefon, Nico. Echt? Find ich. Ja, find ich schon. Find ich nicht. So. Wie irgendein Telefon, sag mal so. Marcelo, du wieder rechts, ich links. Da kommt Silber. Und Kupfer. Und runter in die Hülle. Und die Vase. Und die Vase. Also da rechts geht so weit. ach cool wer bekommt die jetzt weiß nicht wir teilen die doch auf ja warte ok du darfst auch reinschauen darf ich auch reinschauen nein ein zelärsch sieben und acht sieben und achtzig silber zwei schein torschen und diese komischen pfeile ich weiß nicht mehr wie sie heißen und was mit j aber ich weiß nicht wie viele es ist das euro das geld kann man aufteilen was sieben und achtzig durch drei 27 für jeden so oder nein 29 für jeden ja 29 für jeden und da hat noch eine truhe für weiß nicht wen der da noch keine gröne hat ich hab noch keine ok teils dann einfach auf ja einmal deins yay und deins das ist auch du gekriegt warte 7 nein 29 war ja